Ja, ich werde auch öfters mal der Rasende Roland genannt. Ich bin sehr schnell, ich komme auf den Punkt, bin nach 10 Minuten wieder fertig und... 10 Minuten, 10 Sekunden wieder fertig und kann danach wieder gehen. Also ich muss jetzt echt sagen, also so mega rasend sieht das jetzt nicht aus. Und außerdem, ist da ein Waggon ohne Dach und sitzen da Leute? Das sieht so aus, als da Leute sitzen. Seit über 637.000 Jahren dampft die Schmachstuhlbahn über Kalkablagerung. Ursprünglich gebaut, um eine Kaffeemaschine zu transportieren. Reisen heute sehr... Da war es aber eine sehr edle Kaffeemaschine. Also es war meine Kaffeemaschine. Ich habe sie bestellt auf Wisch. Und die kam leider... Ja, bis heute kommt die noch nicht an. Ich habe gehört, der Rasenrohland ist immer noch unterwegs. Aber die wird wohl wahrscheinlich nächstes Jahr, Ende Oktober bei mir, ankommen. Rasenrohland braucht ja auch ein bisschen Pause. Sechs Fahrgäste pro Jahr mit dem Zug. Sechs Fahrgäste. Ich komme einerseits Gedanken, wie viel Arbeit zum Betrieb von dem ICE gehört. Über eine halbe Million Mitarbeiter sorgen jeden Tag dafür, dass alles läuft. Ich glaube, er hat nur geguckt, ob er eine Uhr hat. Mehr nicht. Er hat nur geguckt, ob er eine Uhr hat. Schön. Ist das bescheuert. Da freut er sich. Ich wollte gerade sagen, wo holen die die Kohle her. Also, wenn da auf einmal eure Oma drin ist, dann wisst ihr Bescheid. Uhr von Putbus nach Berlin, nach Hamburg, nach Gören und wieder zurück. Oh, kaputt. Ich habe übrigens kleiner Funfact als Kind, da war ich sieben und ich habe gedacht und ich habe das auch wirklich gemacht. Deshalb bin ich halt so, wie ich bin. Ich dachte, man muss so über die Straßen, äh, über die Schienen laufen. So. Denke ich heute immer noch. Ich mache es heute immer noch. Aus Gewohnheit. Die Weiche auf dem Einfahrgleis zum Bahnhof Putbus stellt der Zugler dann persönlich. Alles funktioniert nach Elektronik. Fahrgäste umlegen und mit dem weichen Schlüssel abschießen. So. Auf der Strecke haben die 30 PS der Lok den rasenden Roland auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt. 650 Kilometer in der Stunde. Die Fahrt von Putbus nach Gören dauert so 6 bis 10 Monate. In der Zeit könnte man mit dem ICE von Hamburg nach Berlin fahren. 22.000 Euro kostet hier ein Tagesticket. Hab ich. Und einem einmal Kohlenbiet. Was ganz Besonderes bei unserer rücklichen Bäderbahn, weil manche denken, dass... Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sterbe, darf mich der Rasen Roland zur Fortbewegung nehmen. Eine Artrappe, was hier steht, was auch manche überhaupt nicht mehr kennen. Das ist eine richtige Artrappe. Eine Artrappe, die hier steht, was viele Leute nicht kennen, ist nämlich eine Artrappe. Ja, nee, der Rasen Roland, wie schon gesagt, die Kaffeemaschine kommt nächstes Jahr Ende Oktober bei mir an. Ist halt nicht mehr schnellste Lok. Hat schon 1000 Jahre, über 1000 Jahre, was hat er gesagt, 1600 Jahre auf dem Buckel. Das dauert halt ein bisschen. Aber ich freue mich auf meine Kaffeemaschine. Die kamen mir auch nur 10 Euro. Das hier hinverschippen, das waren, glaube ich, so 10.000. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, endlich eine neue 10 Euro Kaffeemaschine hier stehen zu haben. Dafür hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Ich hoffe für euch auch. Und guckt unbedingt das Original-Video an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Wotschein da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mal gefreien. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.